Schweinepürzel und Oh, ich hab wieder hier elf Fleisch für dich Okay, ja Du einfach in den Kühlschrank Ähm 16 von den Dingern Samen Centus Zuzipe Samen Nimmst du eigentlich irgendwie von dem Fettigen Essen was raus? Äh Ich glaube eine Sache hatte ich rausgenommen So, das andere Zeug fressen Zuck Davon hab ich noch, das kann ich jetzt erst mal essen Look at her, Bart Ich glaube nämlich Wir müssen die Dinger wieder abreißen Fangen Ah, Schloch Nächsten Nämlich was, reißt man die ab mit dem Hammer? Ich glaube ja Die ganzen Schmetterlinge, ne? Ja Alter, kannst du mal bitte so ein Inplacen? Ich glaube mit dem Hammer musst du die abreißen Ich glaube da kommt nämlich nichts mehr raus Oh Alter Ich sag ja, hier kommen ganz schön viele Schmetterlinge, das ist geil Ja Jetzt sammle ich die Blumen gerade auf Die Massenproduktion Ich habe vergessen, dass... Ey, geht der Bärenbusch kaputt? Oder wird Winter? Wir haben noch 31 Grad Oh, guck dir mal die Schmetterlinge an Das ist die Lebensproduktion jetzt da oben Ja Ah, siehst du? Bluh, bluh, bluh Hau ab Ah, ich tu beim Schnell einsammeln Ich sag ihn erstmal weg Äh, noch einer Ja Aha Aber der kann die anderen fressen Warte mal, kann ich nicht so machen? Hey, du Spassi, Hau Komm Komm, kleines Trüthähnchen Komm zu mir Kommt das zu dir? Na, weiß ich nicht Wo ist der denn? Ah, du hast ihn weggeschreit, ne? Ah, gut, dann mache ich mal im schnellen Hammer Was brauchen wir denn dafür? Zwei Robes Eins Zwei Ah, da mache ich mal ein paar mehr Wie viel Spinnnetze hast du? 18 Stück in der Truhe Okay Kann ich die hier aus dem Küchstangel noch rausnehmen, ne? Ja Achso, da hast du die hier reingetan Na sicher So, dann nehme ich mal hier die ganzen Stacks Wände, schau mal mit Dann mache ich mir mal noch so einen Hammer Oh Hm Was war das? Was haben wir noch in den Küsten hier drin? Ah, hier können eigentlich die Robes rein So, ja Na, ich mache jetzt immer vorne zu Hm, mach mal Oh, ich kann ihn nicht Nicht wie Perl Placen Hm Hm Nicht wie Perl, danke Lass dir heute tut an Die heute kotzt so Gut an Gut an Nicht wie Perl Jetzt machen wir hier noch so runter wieder So Haben wir Das rein Monsterfleisch mitnehmen Sind's geil Ich will Na, das reicht bis unten Dann gehen wir wieder hier rüber Na gut Oh, den Hasenfallen sind zwei hier fällig Ne Mal schauen Ja, wir können jetzt mal schnell um den Schick gehen Äh Wie hast du eigentlich deine Kameraeinstellung? So Weil ich da gucken muss, wie ich das Tor nachher auch stelle, ne? Ähm Ja Das kann nicht sein Ich trainiere Tor Ja, das Tor Weil ich gucke hier gerade drauf und das Tor würde ich hier hin machen Hier Ja, hab ich so Okay Und wenn, drehe ich auch immer gerne mal Ja, okay Sag ich mal gerade in den Boden reingesteckt Oder hast du irgendwas ausgegraben? Ne Okay Weiterlegen wir es mal So Machen wir so Ich hab einfach nur nicht mehr der Ding gefangen Machen wir so Wie groß machen wir denn unsere Unseren Eingang? Ich glaube, wir haben gerade noch mal ein paar mehr Blumen Ich glaube, hier durchkommen wir noch Ja Zack Mir fällt auch gerade ein, dass ich das schon mal ein Singleplayer gemacht habe Kannst du mir da schon? Wusste Also Wusstest du, willst du die Dinger mal abreißen oder soll ich das gleich machen? Was? Die Bienenstöcke Ungefähr Ach, den Hauer habe ich sogar ausgerüstet Äh Ja Hast du mir zu geben? Ne Machen wir dann einfach hinter sie Na klar Ach, ein bisschen rüber Ein bisschen Schmetterlinge, ne? Müssen wir ein bisschen hier rüberziehen Fangen wir jetzt mal ein paar Schmetterlinge auf Ne, bei Oh mein Gott Das ist noch so ein weiteres Stück Einmal drehen Ja, jetzt kann ein Bienen raus gerade Okay Dann muss ich die beiden mal Weil das Ding zerstört also oder was? Ja Okay Ja, wahrscheinlich sind da welche drin Aber es kommt keine mehr raus Ja Dann musst du das andere zerstören Dann haben wir wenigstens Einen, den wir erstmal nutzen könnten Ja Und die wir dann machen können Wieder Hunde, 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 Hunde Hunde sind in der Nähe Habts gehört Ich hab keine Rüstung Ich hab keine Rüstung Ja Scheiße, jetzt kommt nur noch die Nacht, ey Essen, essen, essen Pack dir dein Essen voll Hab ich noch Okay, pack dir musst du essen Ich tu mal die Steine hier rein Ist mir gerade scheißegal Wir brauchen gerade nur Oh mein Gott Ich brauche hier gerade drei Essen Locker Nein Das wegpacken Ich brauche ein Longsuit Ich brauche acht Holz Acht Holz Eins Zwei Ich mach dir jetzt auch einen mit Also Ich mach dir auch einen Longsuit Oder hast du einen? Ja Da sitze Dichter Aua Ja Lauf einfach Einfach laufen Hast du? Ja, hab ich Feiner Junge Fuck Wenn Das sieht aus, ob das immer mehr werden So, jetzt muss ich erstmal einen haben Aua Alter Die haben mich gerade voll Alter Nein, eine rote auch noch Ah, wie viele Die springen immer eine Massen mit Warte mal Kommt mal alle mit Alter, wie viele sind das denn? What the fuck Guck mal Guck mal, wie viele ich hinter mir hab Boah, ja Ist schön Aua Ich wollte doch nur den Schmetterling einsammeln So, ich bin gleich tot Ich bin gleich tot Ja, wenn du tot bist, dann gehen die auf mich los Und dann ist EN Nein, ich will die gerade zum Narson loggen Wow, so hat der Kütter es tot Kommen wir zwei gleich hinter hin Na, ich bringe sie gerade alle zum Ah, hier ist so eine Augenpflanze Hier ist eine Augenpflanze Augenpflanzen los Okay, die Schmetterlinge Okay, der Feuerhund ist schon mal tot Gehen echt auf die Schmetterlinge los Ja, klar Nein, 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 nein Lass mich, lass mich, lass mich Jawohl, der Hund hat den Jawohl, Hund gegen Narson Hallo Boah, der zerstört die einfach instant Geh weg, geh weg Pass auf, dass der die nicht trifft, ne Voll rein da Weg Und der Nächste ist tot Ja Erstmal Schmetterling gegessen Alter, wie geil Alter, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten Entweder tötet der uns Ich kann den nicht Ich kann nicht attacken Ich muss erst Leben recken Okay, sammel schnell alles ein Erstmal schnell alles futtern hier Ess alles, was ich habe Hier, ich hab noch viel Fleisch Hier Oh, anstatt dir erstmal zu behalten Nein, ich muss grad Invertal Platz los werden Vorsichtig Vorsichtig Ja, ja Meine Blume Ah, ich will den Schmetterling haben Ich brauch den Ja, dann nimm Nimm den anderen auch Ich hab die gekillt, die ich bei mir hatte Oh mein Gott Alter, wie viel Glück wir hatten Ja, schon wieder mal Und unten war so eine Pflanze Mit diesen Augen Weißt du noch Und da ist dieser Feuerhund reingelaufen Die Augenpflanze ist gestorben Und die anderen Hunde Haben die auch noch vorher attackt Das heißt, ich konnte noch ein bisschen ausweichen Und mich eben schnell vollfuttern Oh mein Gott Und Gott sei Dank, wie gesagt Vorher noch Essen einpacken Bin ich froh Dass ich vorher Ähm Die Mit Dinge gesammelt hab Ja Ich glaub, die haben uns jetzt gerade Alle das Leben gerettet Ja Oh mein Gott Ah, das kann auch mal hier aus der Truhe raus Dieses Gammelzeug Dann können wir hier diese Okay Die Houndtos So, die einen Dinger hab ich da drüben reingepackt Ich glaub, wir müssen auch mal die Kisten irgendwie sortieren Oder so ein Quatsch Schmetterlinge Ich hab die auch erstmal auch lebendig gelassen Die Schmetterlinge Ja Weil dann Dann vergammeln die nicht Vergasen die nicht Vergasen die nicht Du bist ja gemein Ach, Mann Was machen wir denn mit dem Skinny So, da kann man da nichts machen Schade Ähm Machen wir noch eine Farm Ne, ich glaub ich mit dem Schweinekacke Machen wir noch eine Farm Oder soll ich ein bisschen Mehr Zeug wiederbeleben Wieso nicht Ich glaub Zeug ist ein bisschen besser Jetzt kommen auch Bienen wieder, okay Nice So Die Farm, die stell ich hier vorne nach Augen Ja, Biene Hau mich doch mal, ist klar Nein Hau mich zu hauen Kland Killer Biene Killer Biene Killer Biene Killer Biene Ah, das ist mein Netz da oben Ja, das ist weil Die Bienen nämlich Dankiert hat Und ich die einfach nur Eingefangen hab Deswegen Aber jetzt fliegen die schön jetzt zurück So ist das nicht Und wo waren die Fischfarm Die ist auch da drunter Aber die Fischfarm müssen machen die automatisch, ne? Die Bienen Ja, aber trotzdem fliegen da Bienen rum Ja, ja Klar Es waren aber keine mehr Ich brauch noch einen Fisch Ah, da musst du einen fangen Mhm Nicht tot, ein Viertelreise Ich hab noch eine Biene Die ich mir am